Ab ihn! Ok, super, ich hab's gesehen. Ach nee, jetzt bist du wieder da! Ja, jetzt lade ich grad. Das hat sich aber jetzt von X in einen Kreis geändert. Ich hab das letztens dann wieder gespielt mit einem hier. Ja. What the fuck war das denn? Das war mein Hund. Ja. Hilfe! Hat er ein Bär da oder was? Kann ich aufbinden? Ein Bärenhund. Also Mensch, über die jetzt zum X, ich denk das ist nicht gut. Ja, dann geh doch einfach mal wieder raus, weil ich kann jetzt dann garantiert nicht mehr joinen. Auf die Lobby. Ich hoffe, da bewegt sich was. Das hab ich jeden Abend. Manchmal, wenn ich zu faul bin, den Shaker abzuraschen, dann schmeiß ich's einfach in ne Tasse rein und rühr's mit nem Löffel um, ganz eiskalt. Dann hab ich noch riesige Klumpen da. Oh, da ist einer bei 200. Der ist alleine und schießt auf mich. Er schießt auf mich? Wo sind 200? Shit. Wo ist denn es? Äh, bei dem Fenster hier draußen. Ist der nah dran? Ja, genau, vom Haus. Da kommt noch ein anderer, glaub ich. Oh, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Rechts. Bei dem. Einer ist knockdown. Gut. Nuckdown, mein ich. Knockdown. Der wartet auf seinen Kollegen, denk ich. Er wirft ne Granate. Ich hab Granaten geworfen, ja. Er wirft ne Raubgranate. Das war auch ich. Zweimal. Ernsthaft jetzt? Jo. Ich geh' raus. Okay. Hab ihn. Okay, super. Hab's gesehen. Das ist auch toll, wenn du, wenn wir irgendwas ansteigen, was kaputt macht und dann fällt irgendwas runter. Und dann kann man sagen, oh, das war der Hund. Der hat einfach die Vase abgeschmissen. Die, wo ich so mochte. Das Geschenk. Ja. Genau. Schade. Schade. Mensch. Das ist aber leid, dass du das geh. Schade. Das kommt's näher, ja. Das meine ich halt. Ich schieß' ohne Ende. Was? Ah. Scheiße. Ich schieß' ohne Ende? Warum treff' ich nie was? Ja. Ist das eigentlich Instagram oder sowas? Nee. Dann bin ich zu spät. Warum denn? Weil ich, äh, das nächste Woche anfange. Es werden sich, T-Shirt-Brands werden sich um dich reißen. Ja. Ja? Ey, der ZMG wird jetzt, dass ich unseren Scheiß anziehen. Ohne Scheiß. Ich hab' zwei Hunde. Zwei Hunde und zwei Katzen. Also, ich müsste eigentlich morgen meinen ersten Check bekommen über die erste Million. Aber wer, wer kann dich bitte schon noch... Wer kann denn da mithalten? Niemand. Wirklich. Oh, da ist ein... Oh, da sind zwei. Uiuiuiui. Die haben mich beinahe gesehen. Uiuiuiui. Echt jetzt? Wo, fuck, 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 fuck? Aus dem roten Haus, wo du herkommst. Wo sind die jetzt? Äh, wahrscheinlich links. Eher von uns. Ja, ein Schuss, ich war down. Wow. Ein Schuss, ich bin down. Oh, Mann. Hm. Digga, oder halt... Weiß ich nicht. Ach, da hätten wir doch drüber gekönnt. Das war aber sowas von knappig, mein Freund. Ich dachte, wir springen da drüber mit Anlauf. Hm. Oh, Fahrkünste. Warum muss dieser kackt Baumitze sein, alter? Das hört sich an wie Norden irgendwo. Wir sind umzingelt übrigens. Ja, wir sind umzingelt. Ach. Ey, die AK kannst du nicht verwenden. Das ist doch ein scheiß Ding. Das zieht so hoch, das Ding. Ja.